Was ist die Frage, was ich über diese konkreten Fachinformationen hinaus gerne noch vermitteln möchte, sind es im Wesentlichen zwei Dinge. Auch dieses ja genau genommen diagnostische Werkzeug der minimalen Resterkrankung zeigt unglaublich den Fortschritt in einer Art und Weise, wie wir ihn vor Jahrzehnten nicht für möglich gehalten hätten. Sie können davon ausgehen, dass wir faktisch parallel dazu den gleichen Fortschritt in therapeutischen Optionen haben und wir heute über Therapiemöglichkeiten und über Effektivitäten in unseren Therapiemöglichkeiten verfügen, die bei professioneller Anwendung Dinge erreichen können und Resultate, Behandlungsergebnisse erzielen können, die wir uns teilweise noch vor wenigen Jahren, teilweise vor Jahrzehnten nicht vorstellen hätten können. Und ich denke, wenn man schon schicksalshaft von einer bösartigen Erkrankung getroffen wird, ist es heute berechtigter denn je, sozusagen in die Entwicklung der modernen Medizin zu hoffen und daran zu glauben und auch wirklich daran in entsprechend dafür ausgestatteten Zentren teilzunehmen. Die Möglichkeiten sind wesentlich hoffnungsfroher, als wir sie, wie gesagt, noch vor gar nicht allzu langer Zeit gesehen hätten. Wie? Wie? Untertitelung des ZDF, 2020